Stand Nummer 403, die Wein- und Obstbauschule, Weinmanagementlehrgang Krems. Das heißt, ihr habt es mit Wein zu tun? Genau, das heißt, wir haben die vierjährige Fachschule für Wein- und Obstbau. Die endet eben in Facharbeiter mit der mittleren Reife, wo man eben alles lernt über den Wein, über den Anbau und über den Verkauf. Und Verkauf, das ist das Thema Weinmanagementlehrgang. Das heißt, im Anschluss an eine fertige Ausbildung kann man dann bei uns in einem einjährigen Jahrgang, und das ist eben eigentlich im deutschsprachigen Raum einzigartig, dann wirklich die Vermarktung vom Weinlernen. Und da wirklich sind eigentlich sehr viele Jobs ausgeschrieben. Das heißt, wir suchen dringend hier noch weitere Leute, die die Ausbildung machen, weil hier ist eine Jobgarantie. Das heißt, es ist nicht Grundvoraussetzung, ein eigenes Weingut zu Hause zu haben, man findet auch dann Jobs. Nein, genau. Also im Gegenteil. Wir suchen eigentlich ganz stark junge Leute, die keinen Weinbaubetrieb zu Hause haben. Weil natürlich die Leute glücklicherweise in den eigenen Betrieben arbeiten, aber es wird eben in der Weinwirtschaft ganz stark nach Fachkräften gesucht. Und da ist ein ganz großer Mangel. Und deswegen suchen wir aktiv eben nach Schüler und Schülerinnen, die eben keinen Weinbaubetrieb haben, aber trotzdem gerne in der Natur arbeiten, mit Wein arbeiten und Wein interessiert sind. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Vielen 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 Dank.